Hallihallo meine lieben Homies, willkommen zu einer neuen Tagesquest von der Sasquid Origins. So, ich habe mit Räder gesprochen. Hey, Senu. Wir sollen den Dieb identifizieren und töten und das werden wir jetzt noch machen. Er ist ganz in unserer Nähe. Hinter uns ist Räder. Auf unserem armen Senu. Und Mrs. White und Camelot sind auch noch am Start. Komm her, Miss White. So, dann schnappen wir uns den Verbrecher mal. Ja, nicht sein, dass sie sich hier mit Rädern anlegen. So, da ist auch noch einer sehen, mit dem gerade in Schacht. Komm, renne ich weg, Kollege, wir sind mal hier. So, was das? Nein, das ist noch einer. Ah, diese feigen Säcke immer, ne? Komm, da hinklettert. Lass mich mal runter mit White. Komm mal runter, du Penner. Ja, der trägt der Bogen, du erlebe da. Was ein Lutscher. Ehrlich, kann aber nicht wahr sein. Da vorne sind die eigentlich Verbrecher. Wir wurden hier direkt aufgehalten. Mann, 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 Mann. Egal, let's go, weiter geht's. So, wo sind sie? Da sind sie. Wenn denn um ist es White. Was mit dem? Naja. Der springt da immer hoch und so. Mann, Mann, Mann. So, totbeschädigend. Haben wir. Damit haben wir da eine weitere Teilsfest abgeschlossen. Was bekommen wir denn Schönes? Noch einen weiteren Bogen. Hatten wir gestern auch. Sehr schön. Stummer Bogen. Ein seltener Raubgebogen. Alles klar. Auf jeden Fall danke an Räder wieder. Meine lieben Homies. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Tagesfest. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.